Hey Leute, nochmal ganz schnell, weil wahrscheinlich einige Leute meine Bulletin wahrscheinlich nicht gelesen haben werden. Und zwar werden bis zum 11.04. keine Videos mehr erscheinen. Erst am 12.04. werden wieder täglich Videos erscheinen, hoffe ich mal. Und der Grund ist einfach nur, weil ich zum einen nicht zu Hause bin und nicht aufnehmen und hochladen kann. Und zum anderen, weil mein neues Headset-Up nicht angekommen ist. Also mehr wollte ich jetzt dazu auch gar nichts sagen. Wir sehen uns dann wieder am 12.04. und bis dann. Tschüss.